Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, willkommen bei Future Weekly, dem Startup-Podcast. Live zurück aus der Sommerpause und gleich mit einem großartigen Gast, das ist diese Woche der David Hanf. Hallo David. Hallo Markus. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist und ganz traditionell starten wir mit einem Blick auf LinkedIn und da steht David Hanf, CFO at Depoli, Angel Investor, President at European Startup Network, German Startup Association. Gut, jetzt erzähl einmal, was hat es da mit Aufsicht? Was macht Depoli, was macht das European Startup Network und was hast du mit dem German Startup Association zu tun? Das mache ich sehr gern. Ich bin CFO von Depoli, das hast du ja gerade schon gesagt und das ist das, was ich tagtäglich mache. Das ist das, wo ich all meine Energie gerade reinstecke, weil ich Depoli gerne helfen möchte, groß und erfolgreich zu werden, weil es mir eine wichtige Mission ist, nämlich Depoli macht. Plastik Recycling, wir haben ein ganz neues Verfahren entwickelt und wir glauben, dass wir damit eben die 90 Prozent des Plastiks angehen können, die heute noch nicht recycelt werden in der Welt. Es sind nämlich nur zehn und das ist eine große Sache, der ich mich widme seit Anfang des Jahres und ich kann auch gern kurz was zu ESN sagen und German Startup Association. Das ist sozusagen meine ehrenamtliche Passion. Ich habe vor zwölf Jahren den Deutschen Startup Verband, eben die German Startup Association mitgegründet als einer von vieren. Ich bin da tatsächlich auch so, vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden, auch so ein bisschen reingerutscht und habe mich dann darin verliebt, dass man auch das Ökosystem besser machen kann und dass man dafür politische Arbeit machen muss und das Gleiche, was ich sozusagen auf deutscher Ebene gemacht habe mit dem Start vor zwölf Jahren, versuche ich jetzt auf europäischer Ebene zu wiederholen mit dem European Startup Network. Das ist dann sozusagen der DAG-Verband der nationalen Verbände in Europa. Machen wir einen Schritt zurück. Wenn du zurückdenkst an den kleinen David, den sechs-, siebenjährigen David, wollte der auch schon mal was mit Startups machen und sich da engagieren oder ist das erst später entstanden? Das ist später entstanden. Wenn ich mich, also der sechs-, siebenjährige sagst du, ich glaube als sechs-, siebenjähriger war ich ein eher schüchterner Junge, also glaube ich nicht, weiß ich, weil ich mich da ganz gut dran erinnern kann. Vieles ist mir natürlich mitgegeben, vieles ist wahrscheinlich auch Modell gelernt von meinen Vorbildern und so, aber ich glaube, dass vieles von dem, was ich heute bin, eher so erst ab 13, 14 passiert ist. Ich glaube, da stand mal Computerprogrammierer auf meinem Berufswunsch. Und wenn ich das überhaupt richtig geschrieben habe in dem Alter, kann ich nicht mehr sagen. Mit sechs, sieben oder mit 13, 14 stand da? Nee, mit sechs, sieben. Also ja, ich bin wieder bei sechs, sieben. Ich glaube, da stand Computerprogrammierer. Deswegen, nee, das ist alles wirklich erst später gekommen. Ich glaube, bei mir war so, das Alter 13, 14 war so ein Schwenk. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich da eher dann so gelernt habe, ein bisschen auch vielleicht mit meiner Schüchternheit umzugehen und das vielleicht auch ein bisschen, glaube ich, ganz gut gelernt habe. Und dann kam erst das Streben nach anderen Sachen. Also ich glaube, das war erst später. Aber du sagst, es gab einen Schwenken mit dem Alter 13, 14. Was ist da passiert und in welche Richtung gab es auch diesen Schwenk? Naja, mal biologisch würde ich sagen, war es die Pubertät. Ja, da kann ich wirklich nur so ein bisschen schätzen. Also ich glaube ja, dass man, wenn man auch Unternehmer werden will, da muss man nicht die Rampensau sein. Da bin ich heute ganz sicher. Ich, also ich bin jetzt auch Präsident von ESN, bin ich da derjenige, der laut, laut ist auf LinkedIn. Nee, bin ich nie. Also wird man auf LinkedIn, wird man nicht viel von mir sehen, weil ich das auch immer noch, diese Bühne, glaube ich, auch immer noch nicht mag und da auch gar nicht so im Mittelpunkt stehen will. Gleichwohl, glaube ich, ist mit 13, 14 schon passiert, dass ich da dann doch auf eine andere Art und Weise doch gerne mal auch im Mittelpunkt stehen will oder dieses typische Geltungsbedürfnis, das ja vielleicht jeder von uns dann auch hat, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich glaube, dass, also ich hatte schon Vorbilder, meine Familie ist zur Hälfte, vereinfacht gesagt, das ist jetzt nicht, ich trippe nicht 100 Prozent, aber doch viele, zur Hälfte Lehrer und zur anderen Hälfte Unternehmer. Meine Schwester ist Lehrerin geworden, ich bin Unternehmer geworden, das passt dann eigentlich dann doch ganz gut ins Bild. Und mit diesem, um auf diesen Schwenk zurückzukommen, ja, ich glaube, wenn man, wenn man versteht und wenn man sich wagt, auch mal aus der Menge herauszutreten, was zu sagen, auch mal was anzuführen, dann merkt man auch als schüchternde Person, dass wenn man was kann, dass er dann durchaus einem auch zugehört wird. Ist es natürlich? Nein, aber man kann es lernen. Ja, auch eine spannende Kombination mit Lehrern und Unternehmern. Wie hat sich das dann in deiner weiteren Bildungslaufbahn auch wieder gespiegelt? Was hast du studiert? Hast du studiert? Ja, ich, also ich wurde ja zum ersten Mal unternehmerisch, würde ich sagen, mit 16. Wahrscheinlich wie viele, die von sich sagen, mit 16 unternehmerisch zu sein, waren das dann vor allem Veranstaltungen. Also ich habe nämlich mit einem Freund zusammengetan und wir haben erst Discoabende gemacht und dann haben wir elektronische Musik in unser Dorf gebracht. Also ist eine Stadt, aber ganz ehrlich, ist eine Stadt im Dorf gewandt oder andersrum. Und deswegen habe ich dann so auch so während des Abiturs gedacht, dass ich schon Karriere machen möchte und dann das mit dem Computerprogrammieren habe ich nicht ganz verloren. Ich habe mich dann entschieden, Wirtschaftsinformatik studieren, so ein bisschen im Sinne von Best of Both Worlds. Ich bin mit 19 studieren gegangen, ich musste Zivildienst machen damals und das war in Mannheim. Und ich habe so ein duales Studium gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das in Österreich kennt. Das heißt wahrscheinlich schon, ist ja schon sehr vergleichbar, das Bildungssystem. Das hieß damals Berufsakademie, jetzt heißt es duale Hochschule. Und weil ich auch durchaus, ja, ich glaube die Jahre so 17, 18, 19, da war ich ein bisschen karrieristisch geprägt und habe mir vorgestellt, so eine Corporate-Karriere zu machen. Und deswegen wollte ich auch von, und ich war recht früh unabhängig auch finanziell von meinen Eltern, eben durch diese Aktivität auch. Und deswegen wollte ich bei einer großen Firma arbeiten gleichzeitig. Und das war damals BASF. Also ich habe ein Wirtschaftsinformatik-Diplomstudium an der Berufsakademie gemacht und meine Firma war BASF, die größte Chemiefirma der Welt. Ja, das war mein Studium. Und ich kann es, ich habe noch einen Master gemacht. Das ist tatsächlich, und vielleicht, da kommen wir ja dann wahrscheinlich schon drauf, willst du wahrscheinlich wissen, wann der Schwenk zum Unternehmertum kam. Das war tatsächlich in der Zeit nach BASF, weil ich festgestellt habe, dass ich eben nicht für Corporate gemacht bin, aber auch nicht wusste, wofür dann eigentlich. Und ich habe dann eigentlich fast schon als Fluchtreaktion nochmal ein Masterstudium gemacht, weil ich eben nach meinem Diplom und nach dem Arbeiten weiterhin bei BASF nicht glücklich war damit, aber auch nicht wüsste, was sonst. Und das war dann ein Managementstudium an einer von den angesagten Business Schools. Ich glaube, ich habe damals auch gedacht, ich muss da was an irgendeiner bekannten Business School machen, weil es gut ist. Dann weiß man ja später, dass es nicht mehr so relevant ist. Du hast gesagt, du hast erkannt, dass die Corporate-Welt, die große Unternehmenswelt, dass das nichts für dich ist. Woran hast du das erkannt? Was hat dich da gestört? Ich fand das ein sehr deprimierendes Umfeld. Ich glaube, ich habe es aber auch besonders schlecht getroffen nach dem Studium. Ich bin in die Finanzrichtung gegangen und da aber als Wirtschaftsinformatiker, und wenn man da sozusagen Zögling eines Corporate-Unternehmens ist, dann ist sowieso als Wirtschaftsinformatiker klar, was man macht. Man macht ERP-Systeme. Also ich habe SAP hoch und runter links und rechts gemacht. Zwei in einer Finanzabteilung, aber eben SAP. Ich bin dafür sehr dankbar. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bis heute ERP-Systeme mag und auch vor allem, glaube ich, das eine, das in meiner Steckenpferde ist, auch im Sinne von Skalieren von Startups, das richtig zu machen, nicht überborden, nicht kompliziert, nicht viel, dass ich da so ein gewisses Verständnis für habe. Aber das war so das Einzige, was ich in dieser Zeit gemacht habe. Und dieses ganze Umfeld und dann dieses auch, man muss sich jetzt hier hocharbeiten, man kann aber gar nicht sich entfalten. Man ist sehr auf seine kleine Welt da in SAP. Also es war einfach, es war deprimierend. Mich hat das tatsächlich runtergezogen. War auch ehrlich gesagt ein bisschen schwerere Zeit in meinem Leben, weil ich eben auch, wie gesagt, nicht wusste, was ich denn eigentlich will, wenn es das nicht ist. Ja, das war so das Gefühl, als ich 22 war. Genau, ich habe drei Jahre studiert, 19 bis 22. Da war ich im noch jungen Alter und von 22 Jahren. Wierige Zeit, sagst du? Wie bist du dann ins Unternehmertum gekommen? Was hat dich da gepackt? Dieses Masterstudium war natürlich etwas, was ich noch unbedingt machen wollte, weil ich dachte, es ist gut für meine Karriere, auch wenn ich nicht wusste, wofür genau. Aber macht man halt so. Aber ich habe das wirklich Gute aus dieser Zeit, dass ich mich noch mal viel weiter umblicken konnte. Natürlich waren meine ersten Gedanken, wenn ich nicht zu Bers, ich hatte so einen stehenden Vertrag bei Bers-F, ich hätte auch zurückgehen können. Wenn ich aber nicht zurückgehen könnte, was mache ich dann? Und dann natürlich, was macht man an der Business School? Die ersten Gedanken sind Beratung oder Banking. Das waren auch so gefühlt 60, 70 Prozent der Leute sind in diesen Bereich gegangen, wenn sie nicht zu irgendeinem Industrieunternehmen oder so gegangen sind, oder zu irgendeiner Brand. Und ich glaube, es war irgendein Kurs, in dem mal kurz das Wort Startup fiel. Ich musste mir eine Abschlussarbeit suchen, eine Thesis. Dann habe ich das Wort zum ersten Mal gehört, habe ein bisschen nachgelesen, habe geguckt, oh, was passiert da in Berlin? Und also, ah, spannend. Auch da drüber schreibe ich jetzt meine Abschlussarbeit. Und dann kam der eine Moment. Ich habe für meine Arbeit Business Angels interviewt, weil ich über Venture Capital und Business Angels geschrieben habe. Also das war das Jahr 2005 oder so, also schon lange her. Oder sechs. Und dann hat mich ein Business Angel gefragt, aber willst du hier einfach nur eine Arbeit schreiben? Das ist doch langweilig. Arbeite doch mal für mich nebenbei. Und das fand ich eine ziemlich gute Idee. Das war in Stuttgart. Also ich habe in Reutling studiert und das war dann in Stuttgart. Und dann habe ich das gemacht. Und dann, ehrlich gesagt, sprang der Funke über, weil ich dann einfach von dem Business Angels, ich bin bis heute sehr dankbar dafür, Michael Jansen macht auch heute noch für VC Investment und so, quasi mein erster Mentor, hat mich dann gefragt, ob ich nicht für ihn arbeiten will. Und dann habe ich angefangen, eigentlich fast schon aus einer kurzfristigen Entscheidung heraus, nicht zu BASF zurückzukehren, sondern für fünf Business Angels als Investment Manager zu arbeiten. Das war ein kleiner, syndizierter Business Angels-Fonds. Und ich bin in Silicon Valley geschickt worden. Also alles, was man sich so träumen kann, was einem im Alter von dann 23 Jahren passieren könnte, dann im Silicon Valley zu sein. Und dann war die Welt eröffnet für mich. Ich, wie gesagt, am Anfang noch auf der finanzierenden Seite, aber ich bin tatsächlich, ich meine, es war ein kleiner Angel-Fonds, ich habe die größte Teil meiner Zeit, bin ich in diese Startups rein, in die wir investiert haben, und habe sozusagen ausgeholfen, die Unternehmen zu bauen. Das war der Startpunkt. Ja, und sicher ein großartiges Bootcamp auch. Ganz ungeplant, reingestolpert vielleicht, aber gespürt, dass es das Richtige ist. Glaube ich auch heute noch, auch wenn die Zeiten sehr anstrengend waren, auch wenn die meine letzten 20 Jahre durchaus anstrengend waren. Aber es war gut. Okay, du bist quasi in Silicon Valley gestolpert. Wie war diese Erfahrung dann jetzt auch, sage ich einmal, als Gegenstück, als Unterschied zu der deutschen Großindustrie? Wie ist es dir da gegangen? Also wie, ja, es war das komplette Gegenteil. Ich war in, das erste Startup, in dem ich da mitgearbeitet, habe, wie ist es noch, wenn das wir investiert hatten, Navio, und da ging, Nick Review ist gescheitert, weil es wirklich auch viel zu früh kam. Das war Rights over IP, also sozusagen Musikrechte, für Musik, Musikrechte über IP-Adressen verteilen. Also eigentlich, was sozusagen heute Bitcoin ist, nur für Musikrechte. also statt irgendwie zentralistisch auf irgendeiner Plattform oder du musst CDs kaufen, können die Rechte sozusagen mit dem User mitwandern und das wird eben dezentral gekleert. Super Idee, war viel zu früh. Also 2006 oder so war das. Und genau, und das ist aber exemplarisch für das, was da ging. Ich meine, wie konnte man so weit und groß denken und so anders und es war einfach beeindruckend, was da an, vielleicht war da, ich war da, ich war, ich habe gewohnt in Palo Alto, ich bin da in die Cafés gegangen, ich bin öfter nach San Francisco, ich habe ganz viele Unternehmer kennengelernt. Es war einfach, es war einfach wahnsinnig einnehmend und beeindruckend und vor allem das große und verändernde Denken und ich fand auch, gleich kann das sagen, weil ich jetzt schon so ein bisschen älter bin und schon immer mal wieder im Silicon Valley war. Das war auch, gefühlt natürlich auch noch eine Zeit, wo viel noch, wo viel Neues noch entstanden ist und nicht so viel gesättigt und groß war und teuer und so. Das war eine gute Zeit. Kam dann 2009 dein erstes Startup Smava, wo du als CFO reingekommen bist. Wie war, wie ist das entstanden? Als Smava bin ich sozusagen Late Founder gewesen. Ich glaube, so kann man das, so tritt man das heute aus. Damals gab es das Wort noch nicht. Smava war schon ein Jahr am Start und ich hatte nach zweieinhalb Jahren dieser eben beschriebenen Tätigkeit für die Angels Lust, natürlich ein eigenes Startup zu machen, groß zu machen. Ich habe nach, allerdings, und ich wollte zurück nach Deutschland. Ich war auch ein paar Mal in Berlin und habe gemerkt, da passiert was und ich wollte immer in Berlin leben. Also ich bin einer von denen, die von Berlin angezogen waren als Stadt, als Möglichkeit und gehörte dann wahrscheinlich, kann man sagen, sozusagen zur zweiten Gründer-Generation. Die erste war so um die Dotcom-Bubble. Ich war dann sozusagen Zweite. Inzwischen gibt es viele andere und viel mehr und inzwischen ist das auch alles ganz dynamisch und ich habe tatsächlich die beiden die Gründer angesprochen und gesagt, dass ich gerne einsteigen möchte und ich hatte dann die Chance, einen der drei Gründer zu ersetzen, der aussteigen wollte, recht früher am Anfang und habe einen Kredit aufgenommen. Ich meine, wie Banane ist das eigentlich aus heutiger Sicht mit dem Risikoprofil bei einer Bank? Und habe also 40.000 Euro und habe 20.000 Euro Erspartes noch genommen und habe sozusagen mich eingekauft und in einen der drei Gründe ersetzt und war dann sozusagen der dritte Late-Founder im Bunde. Smava. Und wir haben es ja ehrlich gesagt auch drei Jahre später nochmal neu gestartet als was ganz anderes. Also ich glaube, das weiß keiner mehr. Smava war Mensch-zu-Mensch-Kredite am Anfang. Also auch seiner Zeit eigentlich voraus, wie es so oft ist bei Startups. Genau, so bin ich da eingestiegen und ich habe es geliebt. Ich war in Berlin, also Berlin, Unternehmer zu sein und ich war damals 25. Das ist natürlich grandios, wenn man oder ich hatte wirklich eine sehr gute Chance, an der Aufgabe zu wachsen. Wenn ich mir heute vorstelle, ich wäre mit 25 als Geschäftsführer ein größeres Unternehmen eingestiegen, da hätte ich ja noch mehr Fehler gemacht. Also es war ganz schön. Ich war damals zehn Leute mit der Aufgabe zu wachsen. Cool. Ja. Hast du gesagt, du hast deinen Kredit genommen, wie du schon sagst, Risikoprofil-technisch ist das schon eine harte Nummer. Warst du damals blauäugig oder warst du einfach so überzeugt von Smava, dass du gesagt hast, das zahlt sich aus, dieses Risiko? Natürlich habe ich an Smava geglaubt und ich wollte das auch unbedingt. Der andere Teil war aber nicht blauäugig, würde ich sagen. Also mir war schon klar, dass das Risikoprofil schlecht ist. Und auch damals, es war ja nicht so, dass wir da schon groß und erfolgreich waren. Ganz im Gegenteil, stand alles noch am Anfang. Ich habe mir einfach gedacht, mein Gott, ich habe mir wirklich gedacht, ich bin jetzt 25, das sind 40.000 Euro Kredit, das kann ich in sechs Jahren, hatte ich glaube ich, sechs Jahren abbezahlen. Ich habe noch keine Kinder. Ich habe einen ziemlich geringen Lebensstandard noch, weil ich gerade aus dem Studium komme. Und ich wusste auch genau, das ist mein schnellster Weg in die Startup-Welt rein und ich bin einfach sozusagen exponiert mit 25 und kann ein Unternehmen aufbauen. Und wenn es schief geht, mein Gott, dann wird irgendwas anderes, dann wird es gut gewesen sein, für was auch immer. Das dachte ich mir schon. Gut, dann siebeneinhalb Jahre als Mava, sicher mit vielen Auf und Abs. Du hast es schon gesagt, irgendwann ist es quasi neu gestartet worden. Erzähl einmal so ein bisschen die Kurzfassung dieser siebeneinhalb Jahre. Was waren da die Höhen und Tiefen und was war dann auch das Endgame? Es gab gefühlt mehr Tiefen als Höhen. Ich glaube, das liegt daran, dass die Tiefen meistens sehr tief sind und die Höhen eher so kleine Inkremente, dass man sie kaum spürt. Und so ist es eigentlich immer bei Startups und Scale-Ups, habe ich den Eindruck. Man merkt gar nicht, dass es vorangeht und besser und größer wird und man spürt vor allem die Tiefen. Aber die machen einen ja durchaus stärker. Also ich quatschte so ein bisschen oder so Plattitüde ist, aber es macht einen resilienter. Es macht einen weniger erschrocken, wenn man ein immer größeres Rad dreht, wenn man zwischendurch Tiefen hat, die man irgendwie überwunden hat. Also wir haben eine Mensch-zu-Mensch-Kredit-Plattform gebaut. Menschen leihen anderen Menschen Geld. Wir waren sozusagen die Clearing-Stelle dazwischen, dass alles Risikomanagement und so weiter und Zahlungsabliebungen gemacht hat, Preisfestlegung durch Zins und so. Super gut die Idee in der Theorie, die Bank aus der Gleichung rausnehmen, die ja ihre hohe Marge macht und so. Sozusagen ein bisschen alles direkter, weniger kapitalistisch. Hat leider nicht funktioniert, weil das Banksystem in Europa und vor allem in Deutschland auch so wirklich auch gut und günstig ist, dass wir mit Zinsen eigentlich, also die Privatmenschen hatten zu große Zinsvorstellungen, als dass das für wiederum die Kreditnehmer wirklich gut war. Sie sind alle eher zu Banken gegangen, weil die Zinsen einfach günstiger waren. Und dann ziehst du das falsche Risiko an und so. Also wir sind weit gekommen, aber es war zum Glück 2012 so, dass wir uns entschieden haben, es lief nicht gut, wir sind nicht mehr gewachsen. Wir haben zum Glück noch mal eine Finanzierungsrunde bekommen, die sehr schwer war und auch sehr klein, dass wir mit diesem Geld entschieden haben, das Modell zu drehen auf einen Kreditvergleichsportal oder Kreditmarktplatz, haben wir natürlich damals gesagt, weil Vergleichsportal ganz weniger gut klingt als Marktplatz. Aber das war sehr gut. Wir haben, wir wurden sehr erfolgreich damit. Es kamen sehr erfolgreiche Jahre bis 2016, 15, 16, bis auch Marketingkosten enorm gestiegen sind, der Wettbewerb und so weiter. Es war auch wieder eine schwere Zeit, wieder eine schwierige Finanzierungsrunde. Wir hatten auch zwischendurch mal eine Washout-Runde, die man ja so, oder so eine Nominalrunde, also es war wirklich ein Auf und Ab, das wir da erlebt haben. Und wir sind dabei immer am Ball geblieben. Das hat uns auch sehr zusammengeschweißt. Wir sind bis heute Freunde, meine beiden Co-Geschäftsführer machen das ja bis heute. Unglaublich. Also es sind ja schon aus 16 Jahren. Und heute ist Mava, ich weiß nicht, wahrscheinlich an die 800 Mitarbeiter profitabel letztes Jahr. Es hat lang gedauert, aber es ist gut ausgegangen und wird, glaube ich, noch viel besser werden. Ich bin mir ganz sicher. Schon. Ich glaube auch, wirklich eine spannende Erfahrung, so ein Unternehmen durch Höhen und Tiefen aufzubauen und dann aber auch zu sehen, wo es heute steht. Das ist wahrscheinlich für einen, sag ich mal, ersten echten Startup-Job eine super Basis. Während Mava ist dann auch der deutsche Startup-Verbund oder Verband gestartet worden und da warst du dabei, hast du gesagt, als einer der Co-Gründer. Erzähl einmal, wie das passiert ist. Ich habe in der Zeit 2011, 2012 so ein bisschen ganz persönlich, gar nicht so aus Diskussionen, das Gefühl gehabt, dass sich für Startups Dinge verbessern müssen. Und ich habe angefangen, einfach ein bisschen zu lesen. Da gab es dann, da kam dann ein Blog auf, ich glaube Gründerpolitik hieß der oder so. Und ich habe ein bisschen gelesen und irgendwann habe ich mitbekommen, das auch interessiert, eben auch dieser Blog zum Beispiel und habe von einer Veranstaltung gehört, wo man sich zusammentut, um etwas gegen das Anti-Angel-Gesetz zu machen. Das sagt wahrscheinlich jedem was, nur ganz kurz, es gab die absurde Situation und das war wirklich ein Aufwachmoment, auch für mich, dass Politik manchmal echt daneben liegen kann oder dass die Startups, nee, das war ja gar nicht, das Polit lag daneben, sondern man hat nicht an die Startups gedacht und die wären ein Kollateralschaden gewesen, den man gar nicht bedacht hat, weil keiner uns kannte. Ich glaube, das war so, dass der Bundesrat in Deutschland gemerkt hat, dass ausländische Investoren mit so einem Streubesitz, also klein, zwei, zwei, drei Prozent Anteile, einen Vorteil gegenüber inländischen deutschen Investoren hatten und die Konklusio war, Entschuldigung, den Nachteil hatten, sorry, den Nachteil hatten die ausländischen Investoren gegenüber den deutschen Angels, also es waren vor allem Angels, und die Konklusio war, na, dann müssen wir diesen Vorteil, den die deutschen Angels haben, den müssen wir natürlich dann beseitigen, sodass die genauso schlecht gestellt sind wie die ausländischen Investoren, steuerlich. Und das war natürlich so, hä, wie wäre es denn, wenn man die ausländischen Investoren genauso gut stellen würde wie die inländischen Streubesitzinvestoren und das war dann, das war die Geburtsstunde des Verbands und wir haben uns, was ich wirklich nicht gemerkt mitbekommen habe, bis ich gehe zu dieser Veranstaltung und es war nicht nur gegen das Anti-Angels-Gesetz sollte besprochen werden, sondern es war eine geplante Vereinsgründung und ich habe das erst gemerkt, als ich dort war. Und dann kannte ich aber natürlich ein paar Gesichter schon und wirklich dann hat einer, ich habe mich ein bisschen engagiert und dann hat einer gesagt, ja, David, mach doch mit, wenn du hier schon so engagiert bist und dann war ich einer von vieren, die diesen Verband, also es waren noch viele Supporter in dem Raum, viele Menschen, mit denen ich heute noch gut befreundet und eng vertraut bin und dann haben wir einfach einen Verband gegründet an dem Tag. Es war natürlich schon vorbereitet, das kann ich mir nicht zuschreiben, dass ich da an Statuten und so weiter schon mitgearbeitet hatte, aber ich war am Verbandsgründungstag da und bin eingestiegen und war von dem Tag an, zum Glück hatte ich noch keine Kinder, muss ich sagen, ehrenamtlich sehr engagiert. Also die ersten zwei Jahre Verband war reines Ehrenamt und ich habe alles Mögliche gemacht, Rateneinzüge, Mitgliedergewinnung, also es war wirklich ganz viel Privatzeit, die da reingeflossen ist und irgendwann konnten wir uns einen Mitarbeiter leisten, einen ersten Geschäftsführer und so, das war so die Geburtsstunde, aber die ersten zwei Jahre waren sehr viel private Lebenszeit. Dann kamen Kinder, dann ging es nicht mehr so gut. Aber glücklicherweise professionalisierten wir uns ja auch gleichzeitig und so. Ja, so kam das mit der Verbandsgründung, also auch so ein bisschen Stolpern vielleicht, also wahrscheinlich gezieltes, vielleicht geordnetes Stolpern, vielleicht kann man es so nennen. Und diese ersten Jahre, also 2012 gegründet, wie hat die Politik damals Startups wahrgenommen? Waren die dann happy, dass es da endlich jemanden gegeben hat, der ihnen halt auch sagt, was sie für Blödsinn machen, der auch Startups betrifft? Oder war das eher, sage ich jetzt mal, reluctantly, dass sie da wahrgenommen haben, okay, es gibt da jetzt auch eine zusätzliche Stimme? Ja, unsere erste Amtshandlung neben der Vereinsgründung war natürlich, richtig Stimmung zu machen gegen das Anti-Angel-Gesetz. Das ging damals bis zu Merkel erfolgreich und deswegen haben wir da auch viele genervte Stimmen gehabt. Was sind das für Leute? Was machen die für Stimmung? Und so. Es war aber sehr erfolgreich. Wir mussten es übrigens ein paar Jahre später nochmal verhindern. Das ist wie so, aber das ist wahrscheinlich das erste große Steckenpferd des Startup-Verbandes gewesen, der quasi Angel-Tum gefördert wurde in Deutschland. Und wir haben, aber das muss man schon ehrlicherweise sagen, ich bringe immer gerne das Beispiel damals war, es ist ja der Bundesverband Deutsche Startups, BVDS. Wir hatten damals natürlich auch geprüft, wie man es das nennen kann und nennen nur diese Abkürzungen. Es gibt noch diesen Bundesverband Deutscher Stutenmilcherzeuger, auch BVDS. Und das ist wirklich, glaube ich, ein ganz konträr, weil ich glaube einfach, muss man schon wirklich sagen, Startups, neue Unternehmen, neue Entwicklungen, wir sind auf offene Türen gestoßen, weil jeder wollte sich damit schmücken, wirklich auch parteiübergreifend. Startup ist ein Thema, das eher öffnet, also wenn da der Stutenmilchverband, ich glaube, da hört jetzt nicht jeder im Bundestag zu. Aber wir hingegen, wir konnten immer, also klar, natürlich FDP, CDU sowieso, aber auch die anderen, weil wer will schon sagen, so neue Unternehmen, neue Arbeitsplätze, das hören wir uns nicht an. Also es gibt, glaube ich, schwierigere Verbandsgründungen als den Startup-Verband, ganz klar. Gut. Dann kommen wir mal zurück zu deiner Haupttätigkeit wieder. Na, was waren es dann, neun Jahre, na, acht, acht Jahre Smava, bist du rausgegangen? Erstens, warum? Und auch, was hast du danach gemacht? Die letzten anderthalb Jahre Smava waren sehr schwierig für mich, weil ich, ich habe auch, also in der Rückschau sind ja die Dinge immer sehr einfach zu erklären. Und faktisch war ich mindestens die letzten anderthalb Jahre absolut bereit auszusteigen, weil ich einfach keinen Spaß mehr hatte. und, und ich hatte, ich hatte, bei mir hatte sich so ein Gedanke verfestigt, also Smava war zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, 230 Mitarbeiter, stark gewachsen, viele, 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 ganz viele Millionen an Kreditvolumen, aber immer noch, aber immer noch natürlich wachstumsorientiert, immer noch nicht profitabel und so weiter. und wir haben schon ein paar Jahre ja durchaus auch Battle geliefert im deutschen Markt mit anderen großen Plattformen. Und bei mir hat sich so eine Idee verfestigt, dass wir nochmal was anders machen müssen. Also nach dem Einschwenk von Mensch-zu-Mensch-Kredit dazu Vergleichsportal müssen wir noch etwas einmal anders machen, weil wir werden sonst in dem Marketing Race to the Bottom, also teilweise 20 Euro auf den Klick auf das Keyword-Kredit-Vergleich, also Klick, nicht Lead, Klick, 20 Euro, Klick und so weiter, Klick, 40 Euro, Klick, 60 Euro. Wir müssen nochmal was anderes machen, damit wir in diesem Wertbewerb bestehen und groß werden. Und das hat sich so verfestigt, es gab auch da auch eine sozusagen eine Verwältigung meiner Gedanken, das war dann ein Nebenprodukt, was wir gemacht haben, Score Compass, da konnte man sozusagen seinen Kreditscore einsehen und erklärt bekommen und so weiter, also ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gibt, also mit Sicherheit, klar, es gibt Scoring-Unternehmen noch und nöcher und das war super innovativ und da konnte man ganz anders mit den Kunden auch interagieren, das ist auch ein Produkt, wo man dabei blieb und das war so das und das und größer und das führte dann dazu, dass ich irgendwann, wir haben einen neuen CFO geholt, ich habe mich auf dieses Thema gestürzt und auf das Thema Daten, weil ich einfach nochmal was anderes machen wollte, irgendwie hat es sich immer noch nicht gut angefühlt und ich habe auch gemerkt, wie das sehr schwer ist, das in der Firma zu machen, nochmal ein ganz anderes Produkt und ich habe den Gedanken nicht mehr losbekommen und dann weiß ich noch, wie heute, wir hatten ein Management-Team-Meeting, ich glaube fünf Tage von einem Board-Meeting, ich habe präsentiert, was ich gerne machen würde aus ScoreCompass und der Datenstrategie und so weiter und dann habe ich viele Antworten bekommen aus dem Management-Team und auf einmal saß ich da und es hat Klick gemacht und so, krass, ich brauche es, ich habe keinen Bock mehr, ich will gar nicht mehr, meine Lösung ist nicht, irgendetwas, wir hatten über Spin-Out geredet und so irgendwas auszukarfen oder was auch immer, nee, ich habe einfach keine Lust mehr, ich muss was Neues machen, es sind jetzt fast, es sind jetzt fast acht Jahre, ich muss was Neues machen. Das war auf einmal einfach so eine Erkenntnis und dann ist es auch, es ist auch ziemlich krass, dann werde ich auch heute noch emotional, ich bin dann in eine Bahn gestiegen, nach Hause, also, nee, Moment, ich habe erst am nächsten Tag, ich habe mich entschieden, am nächsten Tag zu sagen, dass ich gehen möchte, habe ich dann gemacht, zu meinen eben, meinen vertrautesten Menschen da, meinen beiden Co-Geschäftsführern der längsten Zeit, Alex und Eckhardt, und habe denen das gesagt, sie haben es natürlich überhaupt nicht verstanden und dann bin ich in die, wir sind auch erstmal nicht so im Sinne auseinander, okay, alles klar, machen wir, logischerweise, und dann bin ich in die Bahn gestiegen und dann habe ich auf einmal angefangen zu weinen. Also das habe ich und ich weine echt selten und ich habe es auch gar nicht kontrollieren können, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum, aber ich glaube, es war einfach eine Erleichterung. Es war einfach eine Erleichterung, dass ich gesagt habe und mich getraut habe, ich gehe. Und, ähm, das war so befreiend, dass ich wusste, also nach diesem, nach diesem Wein habe ich mich so befreit gefühlt, dass ich dachte, nee, das ist absolut sicher, das ist das Richtige, ich gehe. Ähm, es hat dann witzigerweise, nee, das war gar nicht witzig, äh, interessanterweise, äh, noch ein bisschen gedauert, äh, mit, äh, mein, äh, mit dem Management-Team, ähm, dass das positiv wurde, es war erst mal sehr negativ, ähm, und wir hatten zu der Zeit einen Coach, also es ist auch ein gutes Learning vielleicht, für die, für die, äh, für die Hörer. Wir hatten zu der Zeit einen Coach, der dazu da war, uns einzuschwören für die Zukunft. Wir hatten auch ein paar neue C-Levels, ähm, nicht mehr nur das Kernteam vom Anderen und der Coach war dafür da. Naja, und dann haben wir den in Trennungsberatung umfunktioniert äh, und das hat der, da hat er gar nicht viel für machen müssen, ähm, und ich bin ein sehr rationaler Typ und, ähm, und ich glaube, das waren wir auch alle eher sehr rational geprägt und der hat dann, hat er dann, äh, er hat dann zwei Sachen gemacht, das war nicht viel, äh, ich glaube, dann hat er für eine Minute hat er dafür gebraucht. Er ist zu, ähm, Alex gegangen, dem, äh, CEO, und hat ihn gefragt, frag doch mal den David, ob du ihn irgendwann mal verletzt hast. Und dann ist er zu mir gegangen und hat gesagt, frag doch mal den Alex, ob er sich von dir verlassen fühlt. Ja, und dann haben wir uns, ähm, zum Abendessen, äh, verabredet, ähm, haben uns jeweils diese Fragen gestellt, äh, und siehe da, wir sind aus der rationalen in die emotionale Schicht gestiegen und ab dann war es ein ganz fabelhafter und vorbildlicher Ausstieg mit einer Party am Ende. Also es hat nicht viel gebraucht. Man musste einfach nur mal, ähm, übers Gefühl reden. Es ist schon ein, ein sehr emotionaler Prozess. Ich glaube, ja, ein gutes Learning, dass da diese Begleitung und auch ein gewisser Prozess notwendig sind. als Startup und du bist bei einem anderen Startup reingegangen, Termondo. Wie war dieser Wechsel? War das dann relativ seamless? War das gleich im Anschluss oder hast du da schon noch eine Zeit gebraucht, um dich mal umzuorientieren? Ich hatte natürlich darüber nachgedacht, was ich als nächstes machen könnte, schon in dieser Entscheidungsphase oder in dieser schwierigen Phase auch vorher, die vorher war. Aber ganz ehrlich, man muss erst mal entscheiden, dass man geht, glaube ich, als Unternehmer, bevor man sich auch was Neues einlassen kann. Also da war nichts gedanklich zu machen vorher und auch war auch nicht notwendig. Ich habe das dann so in der Ausstiegszeit, die war ja, die haben ja auch ein sehr lang, wir haben das ja ein halbes Jahr, haben wir das ja hingezogen, auch sehr koordiniert mit Nachfolger und so weiter. Also sehr gut. Ganz ehrlich, ich konnte gar nicht damals frei, ganz frei entscheiden, unternehmerisch frei entscheiden. Natürlich konnte ich frei entscheiden, habe einen freien Willen und so, aber unternehmerisch frei, was ich als nächstes mache. Ich hätte am liebsten natürlich gerne Neue gegründet, aber ich konnte nicht, weil wir uns, wir haben nie viel Geld in dieser Zeit verdient, gehaltlich, ein Exit war nie, nicht gemacht, kein Secondary, nichts. Ich bin in der Zwischenzeit zweimal Vater geworden, als ich war sozusagen, wie alt war ich denn da? 50? Ja. Habe zwei Kinder gehabt, Ernährer der Familie, das zweite Kind war gerade frisch da, ich musste Geld verdienen. Ich ging gar nicht anders. Meine Frau war zu Hause und ich musste Geld verdienen und deswegen habe ich tatsächlich ganz gezielt nach unternehmerischen Möglichkeiten gesucht, wo ich aber Geld verdienen kann. Also ich konnte nicht wieder bei Null anfangen. Und deswegen ist es, und von Termondo war ich einfach überzeugt, aus Grund, dem, die Welt verbessern, die Energiewende gestalten und so weiter. Aber ich war auch sehr beeindruckt von Philipp, dem CEO, von dem ich auch sehr viel gelernt habe, über die sechs Jahre, die dann folgten, aber auch der Möglichkeit, das sehr groß zu machen. Ja, so kam der Wechsel. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, aber alles, wo wirklich so, ich kann einsteigen, nicht gründen, einsteigen, es ist Startup, scale up und ich kann unternehmerisch immer noch agieren. In dieser Zeit, während Termondo ist dann auch deine nächste Rolle auf ehrenamtlicher Ebene gefallen, dass du Präsident vom European Startup Network geworden bist. Warum, weil ich meine, das ist ja, du warst ja trotzdem noch beim Deutschen Startup Verband, also hattest schon irgendwie eine bestehende ehrenamtliche Rolle. Warum hast du dich dann auch dazu hinreißen lassen, dann nochmal on top was zu machen und auf europäischer Ebene dich für Startups einzusetzen? Eine gute Frage, weil mein Leben über die Jahre immer voller geworden ist und man ja eigentlich auch mal Sachen abschneiden muss, irgendwann kam da noch eine Wohnung dazu, also es kam ja ein Exit dazu bei Smava, ein halbes Jahr, nachdem ich ausgestiegen war, der auch die Grundlage bildete für Angel Investments und Wohnungen und andere Dinge, die ich mache. ist ja da alles dazu geführt eigentlich, dass es immer voller im Leben wurde, ist auch durchaus fordernd Angel zu sein, für wahr zeitlich und so, deswegen nebenbei ist das gar nicht so einfach, aber ich konnte bei, ich konnte nicht und ich kann bis jetzt auch noch nicht loslassen bei dem Gedanken etwas, ich weiß auch, ich weiß gar nicht, woher dieser Antrieb kommt, aber dieses, ich muss etwas dazu beitragen und ich möchte etwas dazu beitragen, dass hier ein Ökosystem verbessert und ich habe da auch ehrlich Spaß dran. Ich glaube, das ist auch wirklich im Kern gar nicht so der Antrieb, den ich ganz ohne jeden Zweifel habe, ich habe wahnsinnig viel Antrieb, sondern dass ich glaube, dass es mir etwas gibt, also dass es mich glücklicher macht, wenn ich sehe, dass ich etwas verbessern konnte und ich definiere mich schon sehr über Erreichtes, also ich gehöre zu diesen eher so Geltungen über Leistungen, ich bin nicht zufrieden, wenn ich einen Titel habe, erst mal macht mich das sogar eher ein bisschen peinlich berührt, sondern ich bin erst zufrieden, wenn der mit Leben gefüllt ist, also wenn etwas erreicht ist und das, und da mir das auch was zurückgibt und ich auch wirklich Spaß daran habe, das so ein bisschen zu verstehen, wie das politisch und jetzt auch europäisch-politisch versteht, kommen da eben diese zwei Sachen zusammen und deswegen, aber ich mache das wirklich mit sehr viel weniger Zeit als früher, meine Ehrenämter und ich bin auch froh, dass wir, wenn wir schnell Sponsoren gewinnen und uns ein Team hinstellen können und so, weil ich natürlich auch noch andere Dinge im Leben machen möchte als nur Ehrenämter und Hauptämter. Ja, aber ja, die Vorstellung, stell dir mal vor, wir haben ein erfolgreiches, wettbewerbsfähiges Europa und die Startups tragen einen großen Teil dazu bei und wiederum, dass die Startups so erfolgreich sind, ist auch zu einem Quissen gerat, auf verbessertes Ökosystem zurückzuführen, was wiederum zurückzuführen ist auf den ESN und die nationalen Verbände, die dafür kämpfen, ist schon eine schöne Vorstellung, ist das wohl der Antrieb. Das hast du schon angesprochen, es gab dann einen Exit von Smava und eine Business Angel-Tätigkeit, die dadurch auch angestoßen wurde. Wie ist es dir dabei gegangen, also dann auch mal wirklich dein eigenes Geld zu investieren? Ja, du bist eigentlich so in die Startup-Szene gekommen, dass du auch ein bisschen eben in dem Angel-Konsortium federführend tätig warst, aber dann eigenes Geld in die Hand nehmen, um Startups zu begleiten, zu hebeln, zu mentoren. Wie ging es dir damit? Ich gebe gerne zurück und natürlich jetzt mit, ich bin jetzt 41, mache jetzt seit, bin jetzt sozusagen seit 18, 19 Jahren in der Startup-Welt, habe ich natürlich einen Erfahrungsschatz und ich muss auch, glaube ich, für mentorisches Arbeiten und Zurückgeben mich auch nicht wirklich viel vorbereiten und nicht vieles aus seinem Erfahrungsschatz und natürlich muss jeder immer am besten viele Stimmen hören, weil Meinungen sind verschieden und es gibt nicht die eine, die richtig ist. Genau, das ist, glaube ich, wieder dieses Zurückgeben und ich mache mir wirklich, ich habe sechs, sieben Investments gemacht, ob davon eins ein Riesenerfolg ist, weiß ich nicht, eine Abschreibung habe ich, ich mache das jetzt nicht aus reingeltend, ich habe ehrlich gesagt meinen Frieden damit gemacht, dass es im Zweifel abzuschreiben des Geldes, weil ich glaube auch wirklich, da bin ich schon ein bisschen Statistiker, wenn ich das nicht wirklich aktiv mache, gezielt mit Thesen unterwegs bin und auch gut streue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich ist, eher dem Glück anbehaftet als der Strategie und aber ich mache das sehr gerne, es bildet sich auch ehrlich gesagt ein gutes Netzwerk dadurch, weil man ja mit anderen Investoren, also ich habe, das ist allein ein guter Effekt, so wie damals, als ich einen Kredit aufgenommen habe, weil es war, aber im Zweifel habe ich einfach einen Riesensprung nach vorne gemacht als Person und so habe ich jetzt einen Riesensprung nach vorne im Sinne von auch Netzwerk gemacht und es macht mir Spaß, es fordert mich aber zeitlich sehr viel, also ich glaube, man muss auch als Angel wirklich klar sagen, ob man dem Startup viel Zeit widmen kann oder nicht, weil im Zweifel kann man da eigentlich jede Woche irgendwelche Notcalls machen, weil irgendwas nicht klappt, also das kann sehr viel private Zeit nehmen, wenn man da nicht aufkommt. Okay und jetzt gibt es noch eine Transition, über die wir noch nicht gesprochen haben. Nach sechs Jahren Termondo kam dann der Sprung zu Depoli, deinem dritten Startup. Du hast am Anfang schon erzählt, was Depoli macht und dass du da sehr von überzeugt bist. Trotzdem, wie dann auch der Sprung, warum von Termondo zu Depoli? Termondo war auch ein geordneter Ausstieg, so mit sieben, acht Monaten Vorlauf, eine Nachfolgersuche und so weiter. Bei Termondo war ich nicht mehr der Richtige für den Job nach sechs Jahren. Woran hast du das erklärt? Also ich war zweiter Geschäftsführer, ich bin eingestiegen als CFO, ich habe unglaublich viel Geld geraced da, alle möglichen Formen. Es war, wenn man was mit Handwerkern macht und so high-touch-Business, das ist schon intensiv. Also diese sechs Jahre waren die intensivsten mit Abstand meines Lebens. Wir haben es sehr gut skaliert bekommen, von damals, als ich eingestiegen bin, 200 Mitarbeiter auf 800 Mitarbeiter. Zwei Jahre, bevor ich ausgestiegen bin, ist Private Equity eingestiegen und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Startpunkt meines Ausstiegs. Ich war damals schon unsicher bei dem Exit, ob ich eigentlich der Richtige bin, weil ich im Herzen, ganz ehrlich, im Herzen bin ich Unternehmer. Ich bin kein Chief Accountant-Typ, ich bin CFO, aber ich liebe Fundraising, Unit Economics, Unternehmenbau und Skalierung und so weiter. Aber als dann Private Equity reinkam, hatte ich schon meine Zweifel, ob ich eigentlich der Richtige dafür bin und bin ich nicht, kann ich sagen. Also die sozusagen im Zweifel an der New Yorker Börse Reporting machen zu können, das ist nicht meine Welt. Ich hatte keinen Spaß dran und ich habe mich auch nie gut gefühlt bei meiner Performance. Also es war auch immer so, es ist irgendwie auch so, ich glaube, es ist noch nicht mal gut genug. Und ich bin sehr dankbar für diese Zeit unter Private Equity. Das sind auch wirklich gute Leute, Gentlemen, keine, wie man sich das vorstellt, die einen da kaputt machen und der Druck unermesslich ist. Das war gar nicht so, aber ich habe trotzdem, war ich nicht mehr der Richtige. Und deswegen war es einfach sehr gut, dass ich ausgestiegen bin. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit. Also sehr eher so die Hardcore-CFO-Skills, nicht so die unternehmerischen Teil. Der war natürlich weg und der hat mir gefehlt. Und den habe ich jetzt wieder bei Tepoli. Ich bin da sozusagen eingestiegen. Ich habe übrigens zehn Monate Pause gemacht, die auch ehrlicherweise bitter notwendig waren. Also ich war ziemlich durch. Bin eigentlich auch gegen die Wand gefahren, kann man sagen, körperlich, mental. Also es war einfach wahnsinnig gut. Also übrigens auch eine gute Erkenntnis, jeder braucht jeder braucht mal eine Pause. Und das war sehr gut. Also ich hatte ein wunderbares letztes Jahr 2023 mit Kindern, mit ein paar Sachen machen, die eher mit der Hand sind. Im Restaurant rösten. Ich weiß, es klingt auch so ein bisschen wie so ein Abklatsch von irgendwie einem Manager, der irgendwie in der Sinnsuche ist und so. Aber das war ich gar nicht. Ich war gar nicht auf der Sinnsuche. Ich wollte einfach nur mal was anderes machen, zeitweise. Das war sehr gut. Bei Depoli bin ich eingestiegen, weil da ein großer Wunsch, also zwei Wünsche, einmal wieder unternehmerisch tätig zu sein, weil ich bin wieder ganz am Anfang, fast ganz am Anfang zurück. Ich habe nicht mitgegründet, aber das erkläre ich vielleicht noch kurz. Ich wollte unbedingt mal was Wissenschaftlern machen und eine Erfindung groß machen. Also ich glaube, ich kann sagen, dass ich weiß, wie man Unternehmen finanziert, baut, groß macht, strukturiert. Das weiß ich und ich weiß, dass das bei Wissenschaftlern wahrscheinlich nicht so ausgeprägt ist, dieses Wissen und dass, wenn man das kombiniert, dass da was Gutes draußen stehen kann. Viele meiner Freunde in der Startup-Welt haben ja in den letzten Jahren solche Gründungen gemacht mit Wissenschaftlern. Manche klappen gut, manche nicht und ich wollte es einfach auch machen und ich habe auf die Poli gesetzt. Ich glaube, ich setze da auf das Wichtige und wir ergänzen uns sehr gut im Team und das macht Spaß. Ich bin Unternehmer und kann mich entfalten und gleichzeitig kann ich unglaublich viel lernen über Moleküle, über den Plastikmarkt, wie kaputt der eigentlich ist und so und dass da unbedingt was gemacht werden muss. Also die Motivation ist am Anschlag dadurch, dass man allein ja merkt, dieser Plastikmarkt ist nicht gut, das müssen wir verändern und wir sind jetzt einer, der das verändern will. Sehr cool. Ja, viel Erfolg. Danke. Bei der Veränderung, ich glaube, da triffst du definitiv einen Nerv. Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten, ja, doch 15 plus Jahre in der Startup-Szene, was ist dein größtes Learning? Also ich glaube, ich habe jetzt auf die Startup-Welt gar nicht so eine konkrete Antwort. Ich habe die eher auf der persönlichen Ebene. Eigentlich sind die vielleicht sogar schon so ein bisschen durchgeklungen, aber ich fasse hier nochmal zusammen, das ist in Relation, also mit Bezug auf den Smava-Ausstieg. Manchmal muss man etwas loslassen, was man liebt, um, damit es besser wird und das war damals ganz klar ein Fall. Auch, und auch für mich persönlich als Mensch in meiner Weiterentwicklung und in meinem Wohlbefinden und so weiter, war auch diese Erkenntnis mit Termondo, krass, ich dachte, ich bin so eine Art Übermensch, aber nein, auch ich habe Grenzen. Und ich war, habe mich nie, ich bin nicht als Übermensch erwachsen geworden. Das war ich nicht. Das hat sich eher durch die Startup-Welt, hat sich das entwickelt. Also als ich mit 22 eingestiegen bin, habe ich nicht gedacht, ich kriege irgendwie alles hin und mich kann nichts umhauen und im Zweifel muss ich nur hart genug arbeiten und dann kriege ich alles hin. Das hat mich die Arbeit in der Startup-Welt gelehrt, dass das so ist, aber es stimmt ja nicht. Also deswegen ist es eine ganz wichtige Erkenntnis. Jeder hat, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Bei mir sind die, glaube ich, sehr hoch, aber sie sind da. Aber ich finde, das ist auch ein insofern sehr spannendes Learning, was du davor gesagt hast, mit der Startup-Welt, die auch lehrt, dass deine Grenzen oft viel, viel größer sind oder viel weiter gesetzt sind, als man vielleicht am Anfang denkt. Und dann gibt es vielleicht auch ein bisschen diesen Helden-Mythos, aber irgendwo gibt es dann doch die Grenzen. Also finde ich ein sehr schönes Learning. Zweite Frage, was ist dein bester Lifehack? Mein bester Lifehack? Ich glaube, der ist gerade, dass ich, also ich mache sehr gern Sport und ich bin aber von, irgendwie, ich mache Triathlon, will mich immer verbessern, jetzt auf was anderes umgestiegen. Ich probiere und dafür bietet Berlin sehr viel ganz neue Sachen aus, ganz neue Bewegungen und ich lerne dadurch meinen Körper besser kennen und das, und dieses Sport und diese Ablenkung und ganz andere Sachen mal kennenlernen. Also ich hatte jetzt ein Handstandtraining am Montag gemacht zum ersten Mal. Ob ich das durchziehe, weiß ich nicht. Aber allein die Erfahrung war gut und das, und das, das gibt mir sehr viel. Ich glaube, das gleicht mich sehr aus, diese, diese ganz andere Art, sich zu bewegen und so weiter. Das ist ein guter Ausgleich. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Eine Buchempfehlung? Am besten wäre natürlich etwas, was ich kürzlich gelesen habe, aber kaum zu. Was ich irgendwie beeindruckend fand, ist irgendwie ganz anders. Ist auch ein bisschen zäh, muss ich sagen, aber dieses, es ist wirklich lohnenswert, es ist dieses sehr altes Buch von, 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 von Hörsing, glaube ich, Zen und die, und die Kunst, ein Motorrad zu reparieren. Ja, allerdings. Sehr gut. Hast du ein Lieblings? Also völlig was, ganz was, hat überhaupt nichts mit der Startup-Welt zu tun. Ist ganz fern davon. Ist irgendwie ganz spannend. Philosophisch. Hast du ein Lieblingsprodukt? Kaffee, mit großem Abstand. Also ich bin, das ist der nerdige Teil von mir. Kaffee ist ein nerdiger Teil. Ich habe da alle zu Hause stehen. Aber lange vor, bevor das bekannt ist, ist schon seit 20 Jahren der Fall. Ein Trendcenter beim Thema Kaffee. Ja, ich habe auch geröstet in meiner Auszeit, weil ich, und am, würde ich, also man muss ja nicht alles irgendwie lernen und verstehen, aber beim Rösten, da würde ich gerne noch weiter zurückgehen auf, vielleicht auch mal auf einer Plantage oder so. Irgendwann mal. Zeit trinkt nicht. Und jetzt stell dir vor, du kommst nach Hause und siehst, oh Gott, jemand ist in die Wohnung eingebrochen oder ins Haus und hat deine gesamte Kaffeemaschinen-Apparaturen gestohlen. Oh hart. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Mein Lieblingsschimpfwort? Tja, was sage ich denn da eigentlich? Also ein bisschen ist es, es sind ein paar neue dazugekommen durch die Kinder. Aber ich glaube, es ist schon ganz klassisch. Damit bist du in bester Gesellschaft. Das ist besonders unter uns Startup-Menschen, glaube ich, ein weit verbreitetes Go-To-Schimpfwort. Und das bringt uns jetzt auch zu unserer letzten Rubrik. Wir brauchen von dir zum Abschluss einen Mundshot, eine große Vision für die Zukunft, die dadurch, dass du sie aussprichst, ein bisschen realer wird. und eine Prediction, eine Vorhersage für die nächsten Jahre, von der du felsenfest überzeugt bist. Ja, gute Frage. Ich glaube, bei dem Moonshot bin ich gerade, auch wenn ich wirklich den Großteil meiner Zeit Unternehmer bin und da meine Energie reinstecke, ich glaube, bei dem Moonshot bin ich gerade eher dabei, den auf politischer Ebene zu sehen, dass wir auch durch die natürlich jetzt die letzten Monate geprägten Wahlen und so hoffe ich, dass wir eigentlich, ich glaube, ich hoffe eigentlich auf ein bisschen durchaus auf ein europäisches Parteiensystem und dass wir, ich weiß nicht, ob es die Vereinigten Staaten von Europa sein müssen, aber dass wir da noch enger zusammenwachsen und vor allem, dass wir ein Kontinent, was ich gerade schon meinte, der Innovation und wettbewerblichen Veränderung, also vor allem der innovativen Veränderung sind und wieder extrem stark wieder aufschließen können zu den anderen Großen wie die den USA und dadurch, dass vielleicht durch Vereinigte Staaten von Europa, das stelle ich mir sehr gut, also das wünsche ich mir. Gut. Und eine Prediction oder ist das auch gleichzeitig deine Prediction? Na, das ist nicht meine Prediction, ehrlich gesagt. Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen, ich glaube nicht, dass ich da, nee, aber ich arbeite auf jeden Fall mit dran, also vor allem an der Wettbewerbsfähigkeit natürlich, ob das jetzt die Vereinigten Staaten von Europa sein müssen, das ist einmal dahingestellt. Ne, eine Prediction, ja, keine Ahnung, muss ich mir was ausdenken, Mars 2032. Okay, ich glaube, Elon hat gesagt, er will 2028 schaffen, also du gibst ihm vier Jahre mehr, das ist ja durchaus vielversprechend. Schauen wir mal, wer es schafft, in jedem Fall ein echter, eine Prediction als Marsshot oder so irgendwie ein Marsshot als Prediction. Ein schöner Abschluss, lieber David, vielen Dank für super spannende Insights in deine persönliche Startup-Laufbahn voller Höhen und Tiefen, voller Learnings und Lifehacks. Danke auch an euch da draußen fürs Mit-Dabeisein. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit einer News-Folge und wünschen euch einen guten Start in die Woche. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.